Der österreichische Weg für eine sichere Zukunft Das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technik hat in umfangreicher Zusammenarbeit mit Verkehrssicherheitsexperten das Verkehrssicherheitsprogramm 2002-2010 erarbeitet Die Zielsetzung ist klar formuliert Eine Halbierung der Verletzten und Toten zufolge Verkehrsunfällen Dieses anspruchsvolle Ziel soll im Spannungsfeld eines nach Osten erweiterten EU-Raums unter ständig steigenden Güter, Geschäfts- und Touristenstroms erreicht werden Budgetäre Rahmenbedingungen, die Erhaltung einer lebenswerten Umwelt und die Forcierung öffentlicher Verkehrsinfrastrukturen, Bahn-, Schiffs- und Flugverkehr erfordern Primäransätze zur Problemlösung unter anderem in den Bereichen Fahrzeugausstattung, Fahr- und Sicherheitsverhalten der Verkehrsteilnehmer sowie innovativer Lösungen Eine umfangreiche Aufgabenstellung kommt allerdings der Quantität und Qualität der Straßensicherheitseinrichtungen auf Österreichs Straßen zu Hier ist der Ansatzpunkt für die Arbeitsgemeinschaft Straßensicherheit eine Initiative der österreichischen Wirtschaftskammer Das Forum der Arbeitsgemeinschaft für Straßensicherheit umfasst als Mitglieder alle auf dem Verkehrssicherheitssektor tätigen Unternehmen Österreichs Industrie, Gewerbe, Handel, Dienstleistung sowie die wichtigsten Interessensorganisationen bzw. wissenschaftlichen Einrichtungen Ihre Aufgaben umfassen unter anderem Erfassung bzw. Lösungsansätze für Sicherheitsdefizite Erarbeitung höchster Güteanforderungen aller Sicherheitseinrichtungen Installation von Security Audits im Planungs- und Betriebsbereich Entwicklung einer einheitlichen Trademark Austrian Traffic Security Organization Klare Positionierung zur Bewältigung der Infrastrukturprobleme der neuen EU-Partner Osteuropas Österreichisches Sicherheitsengineering als wichtiges Bindeglied einer ständig erweiterten allerdings auch komplexeren europäischen Verkehrssituation Einige der Methoden Beschilderung, Verkehrszeichen Richtig sehen und rechtzeitig erkennen, die wichtigsten Sicherheitsfaktoren Arten der Reflexion Glasperlentechnologie Die Glasperlentechnologie basiert auf verspiegelten Glasperlen und liefert hohe Rückstrahlwerte auf näheren und mittleren Bistanzen Mikroprismatische Folien Die Mikroprismentechnologie ist ein Meilenstein für die Anforderungen der schnelleren und komplexeren Situation im Straßenverkehr Bodenmarkierung Primäres Leit- und Sicherheitselement im Straßenverkehr Günstiges Kosten- und Nutzenverhältnis der Sicherheitseinrichtungen Verbesserte Risikobewältigung mittels Struktur- und Profilmarkierungen Ergänzende farbliche Ausführungen zur Konzentrationsunterstützung Unterstützung für verbesserte Rastplätze als Ruhe- und Erholungszonen In Zusammenarbeit mit Monika Westermeyer und der Andiamo-Sinn-Stiftung Setzt die Arbeitsgemeinschaft für Strassensicherheit das innovative Projekt der Queste Für Verkehrssicherheit für Rastplätze, Gestaltung von Tunnelportalen und Wänden, Lärmschutzwänden und Betonleitwände Um die als gemeinschaftsbildende Unternehmungen für soziales Wohlbefinden Bewusstes Miteinander und als Leitidee für einen kreativen, bewussten Lebensstil dienen Der Name Queste wird von der Queste der keltischen Tradition abgeleitet und bedeutet zu fragen In der Kultur der Kelten, wie in vielen anderen auch, war es vorgesehen auf die Queste zu gehen Um sich und seine Werte zu hinterfragen Das zukunftsorientierte Konzept der Queste für Verkehrssicherheit Unterstützt die Anforderungen der Vision von Verkehrsteilnehmern Die sicher, schnell, gut informiert und bestens versorgt ihr Ziel erreichen Als kundenorientierte Serviceleistung fordert die Queste für Verkehrssicherheit Die Entspannung der Verkehrsteilnehmer Entstaut Unterstützt Reflexion und bewusstes, aktives Erleben und Teilnehmen ist gleichzeitig Energietankstelle, Kraftquelle und Kommunikationsressource für das Kommunikationsnetz Strasse und trägt somit als Oase auf der Strasse und als Kraftort zur Steigerung der Verkehrssicherheit bei Autobahnen und Schnellstraßen sind Kraftlinien aus Menschenhand Durch das Spiel mit Farben und Formen, sowie dem bewussten Einsatz von Licht als integralen Bestandteil Allem Lebens, die ihre tiefgreifende Wirkung auf die physiologischen und emotionalen Funktionen des Menschen und auf die Entwicklung unseres Bewusstseins ausüben kann durch die messbaren Schwingungen der Farben, Formen, Worte und des Lichts eine Übertragung von qualitativen Informationen auf den Menschen erreicht werden Dies führt langfristig zum erforderlichen Umdenken und bewussten Miteinander im Kommunikationsnetz Strasse Denn Langzeitveränderung kann nur durch Änderung von Denkmustern und den damit verbundenen Einstellungen und Überzeugungen bewirkt werden und nie durch die Verhaltensveränderung allein